Es gibt ein Update im Mentorenprogramm und zwar begrüße ich einen neuen Mentoren im Team. Nun sind wir mittlerweile vier oder es sind vier Mentoren. Der neue Kollege ist exzellent in Syntax und Grammatik schon dabei. Das Einzige, wo er vielleicht noch Schwierigkeiten hat vor der Prüfung, ist der schriftliche Teil. Und auch da vermute ich, dass die Probleme nur geringfügig sind. Das bedeutet, es ist für Sie eine großartige Gelegenheit, voraussichtlich bereits ab nächster Woche mit dem Kollegen zu starten, sich Dokumentationen anzuschauen, so wie Sie das auch schon mit anderen gemacht haben. Insgesamt sehe ich, dass das Mentorenprogramm sehr gut angenommen wird. Die Resonanz ist gut. Wir beobachten auch, dass es in der Regel so drei, vier sehr aktive gibt. Die anderen sind eher passiv, vielleicht ein bisschen schüchtern, aber da sind Sie ja frei. Sie können auch einfach nur zuhören. Grundsätzlich ist es toll, dass es damit jetzt eine Möglichkeit gibt, dass Sie selbstständig untereinander auf eine strukturierte Weise miteinander trainieren. Das Ganze ist und bleibt kostenlos lediglich bestimmte Inputs von mir. Also wenn ich eine Nacharbeit mache, irgendwelche Korrekturvideos erstelle zu irgendetwas, werde ich das sicherlich ins E-Learning packen, wo Sie das dann finden. Aber die Sessions miteinander und auch die Notizen aus den Stunden bleiben für Sie kostenlos zum Herunterladen im Mentorenkurs. Das habe ich also nicht vor zu verändern. Macht mir großen Spaß, mit Ihnen zu arbeiten, Sie auch zu aktivieren, dass Sie also nicht nur einfach passiv irgendwelche Dinge lernen, sondern miteinander an der Sache arbeiten. Es entsteht ein bisschen eine ganz andere Stimmung. Es ist nicht nur, ach, man muss irgendwie für diese Prüfung lernen, sondern es wird mehr und mehr einfach ein gemeinsames Lernen in deutscher Sprache gute Medizin zu machen. Und das freut mich besonders. Außerdem habe ich eine Bewerbung von, Bewerbung kann man vielleicht nicht sagen, aber eine Anfrage von einem Kollegen, der den Fachsprachenkurs bei mir gemacht hat. Dann auch die FSP bestanden hat, sich jetzt auf die Kenntnis- oder Gleichwertigkeitsprüfung vorbereitet und gerne auch ein Mentoring anbieten möchte. Aber das, und das wäre die Premiere auf Kenntnisprüfungsniveau, ist natürlich super. Also wird bald kommen. Das mal so als Update zwischendurch. Den Link zum Mentoring finden Sie unter dem Video. Und wenn Sie jemanden kennen, der davon wissen sollte, von dieser Möglichkeit und diesem Angebot, dann sagen Sie es doch bitte auch weiter und laden Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen ein. Sie können gerne in großer Zahl diese Sessions miteinander hören. Wie gesagt, man muss nicht immer selbst aktiv sein. So viel mal als kleines Update zwischendurch. Ich habe mich gerade sehr über dieses Gespräch gefreut. Und deshalb mal eine kleine Nachricht von mir. Also Ihnen noch einen guten Nachmittag.